Hoher Besuch kürzlich in Vorarlberg. ÖFB-Teamchef Marcel Koller gab sich ein Stelldichein und machte sich vor Ort ein Bild von der Ausbildung der Nachwuchskicker im Ländle. Es ist alles sehr kompakt, es ist eine super Gegend hier. Mit Möglichkeiten direkt am Wasser, Fussballplätze, mit der Halle, mit der Schule, mit allem drumherum. Und ich denke, das ist perfekt für die Jungs, um auch weiterzukommen, wenn sie dann bereit sind dazu und wenn sie den Willen haben. Neben dem Besuch einer Trainingseinheit in der Sporthalle stand auch die Besichtigung der Schule in der Mererau auf dem Programm. Die Schüler hatten dabei die Möglichkeit, dem Schweizer persönliche Fragen zu stellen und diese Chance wurde durchaus genutzt. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie ist es für Sie nicht auch ein Druck, wenn Sie als Schweizer als österreichischer Nationaltrainer geworden sind? Natürlich, bei meiner Bestellung war es so, dass der ein oder andere ein bisschen laut gerufen hat und gleich eine andere Meinung hatte. Und Druck ist ja eigentlich immer da. Die Schüler freuten sich über die ehrlichen Antworten des sympathischen Fußballlehrers. Begeistert über den Besuch des ÖFB-Teamschefs zeigte sich auch VfV-Präsident Horst Lumpur. Ja, wir haben ihn eingeladen. Er freut uns ganz besonders. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Teamchef kommt. Er besucht die Akademie und ich glaube, er punktet bei den Schülern und bei uns gleichermaßen. Marcel Koller konnte mit seinem Besuch im Ländle also auf alle Fälle Pluspunkte sammeln. Er ist sympathisch, er ist nett und wir hoffen, dass er auch so erfolgreich ist, wie er jetzt den Anschein hat. Der Nationalcoach gab sich auch zuversichtlich, dass er eventuell auch bald einmal in Vorarlberg vorbeischauen wird. Ja, ich kann das jetzt nicht versprechen, aber ich habe vielleicht ein bisschen näheren Zugang zu Vorarlberg, weil ich ja direkt über der Grenze auch gearbeitet habe. Ich habe einen vollen Terminplan, also ich kann nichts versprechen, aber je nachdem natürlich, wenn es sich mal die Möglichkeit ergibt, dann schaue ich gerne Fussball und es muss dann nicht immer die erste Liga sein. Vielleicht sehen wir Marcel Koller ja bald im Länge.